OLED-TVs sind bekannt für schöne Farben und sattes Schwarz. Bei manchen treten allerdings nach einiger Zeit unschöne Artefakte auf. Kontraststarke Bildteile brennen ein bzw. die Leuchtschicht aus. Beim 55C6V von LG trug sich insbesondere die rote Leuchtschicht durch häufiges Schauen eines bestimmten Programms stark ab. Das Ergebnis sieht man fast gar nicht in blaulastigen Bildern, aber sehr deutlich, sobald rot ins Spiel kommt. Beispielsweise hier am holzfarbenen Podest. Es bekommt an der Stelle, an der in einer vom Nutzer viel gesehenen Sendung das Programmlogo angezeigt wird, einen unübersehbaren Grünstich. Es fehlt der rote Farbanteil. Was am Podest nicht allzu störend auffällt, es könnte ja auch ein Flex sein, irritiert in Gesichtern sehr. Schließt man das OLED-TV von LG an den Signalgenerator, wird der Einbrenneffekt überdeutlich. Das Programmlogo unten links ist als Schatten im roten Bild klar zu sehen. Zusätzlich gibt es einen Schatten, der durch ein häufig angezeigtes Standbild entstanden ist. Die grüne Leuchtschicht ist weniger betroffen, die blaue so gut wie gar nicht. In allen Mischfarben sieht man die Schatten wiederum. Je mehr rot, umso heftiger. Der zweite Schatten stammt offenbar von einem Flügel, der als schönes Objekt häufiger auf dem Bildschirm dargestellt wurde. Wir sehen uns im Moment noch ein Hochzeits 지난 Video. Wir sehen uns im Moment noch ein sch Leser designed an An 표bcy zu geben. Vielen Dank.